Wie verändert Yoga den Körper? Yoga ist Flexibilitätstraining, deshalb wirst du flexibler sein. Größere Flexibilität heißt auch irgendwo, dass die Haut besser aussieht und dass du graziöser gehen kannst und dich graziöser fühlst. Yoga entwickelt das Gleichgewicht und auch das Gleichgewicht kann zu einem graziöseren Gang führen. Yoga entwickelt die Ausdauer und das führt auch zu einer größeren Leichtigkeit des Seins. Yoga aktiviert die Selbstheilkräfte. Oder wie verändert Yoga den Körper? Körper wird gesünder werden. Und Yoga hilft auch, dass du weniger schmerzempfindlich wirst. Dadurch, dass viele Probleme verschwinden, verschwinden auch viele Schmerzen. Und selbst wenn du chronische Schmerzen hast, durch Yoga erfährst du den Körper auch als Quelle für angenehme Erfahrungen. Und wenn du erstmal diese schöne Erfahrung hast, wie es ist, so das Herz so zu öffnen, oder wenn du spürst, wie in den Händen so eine sanfte Energie pulsiert, oder wenn du so im dritten Auge so ein schönes Pulsieren spürst, oder irgendwie Wogen von Freude durch dich strahlen spürst, oder irgendwie Hochwallen spürst, dann spielen die Schmerzen weniger große Rolle. Wie verändert Yoga den Körper? Der Körper wird also starker, graziöser, leichter und fühlt sich besser an. Wie verändert Yoga den Körper? Du kommst auch zu den Instinkten. Menschen, die Yoga üben, spüren mehr, was der Körper braucht. Und wenn du das tust, was dein Körper brauchst, dann wirst du natürlich auch gesünder sein, aber du wirst auch sonstige Gewohnheiten ändern. Viele Menschen, die mit Yoga beginnen, die stellen auch ihre Ernährung um. Sie gehen etwas mehr, anstatt zu sitzen. Sie gehen lieber auf die Treppenhäuser als Aufzüge. Sie machen mehr Fahrradfahren als Einkäufe mit dem Auto. Und all das hilft auch, dass der Körper insgesamt gesünder wird. Es gibt sogar Studien, dass Menschen, die ein BMI von über 30 haben, also medizinisch adipös übergewichtig sind, fettleibig sind, dass die innerhalb von einigen Monaten 5 bis 6 Kilogramm abnehmen, wenn sie Yoga üben. Mit anderen Worten, wie verändert Yoga den Körper? In vieler Ansicht zum Positiven. Und was auch viele Menschen berichten, insbesondere Menschen, die mit über 40 oder 50 mit Yoga anfangen, sie berichten, dass sie sich sehr viel jünger fühlen, dass ihr subjektives Gefühl ist, dass sie 5 Jahre jünger sind. Oder manche bekommen auch von ihren Kollegen und Kolleginnen gesagt, ah, du schaust dir jetzt 5 oder 10 Jahre jünger aus. Oder Menschen auf der Straße schätzen sie 5 bis 10 Jahre jünger ein. Wie verändert Yoga also den Körper? Er fühlt sich jünger an, er sieht jünger aus und ist länger gesund. Mit anderen Worten, übe Yoga, das ist was ganz Großartiges. Hast du schon mit Yoga begonnen? Dann schreib du doch in die Kommentare, wie Yoga deinen Körper verändert hat, welche Wirkungen du vom Yoga bekommen hast.